Wie konntest du das Papa und allen Stadtbewohner nur antun? Nein, tiefer! Du hast es versprochen, du hast versprochen mir zu helfen, wenn ich in der Klemme stecke. Okay. Mutter, lass uns zusammen diesen Planeten zurückbringen. Ich habe eine gute Idee. Komm mit zum verheißenen Land. Sephiroth. Meine Familie, meine Heimatstadt, wie konntest du ihnen das antun? Sie sind zurückgekommen, Mutter. Mit ihrer überlegenen Macht, ihrem Wissen und ihren Zauberkräften war Mutter zur Führerin dieses Planeten bestimmt. Aber sie, diese nutzlosen Kreaturen, stillen den Planeten von Mutter. Aber nun bin ich bei dir. Mach dir also keine Sorgen. Was ist mit dem Planeten? Was ist mit dem Planeten? Was ist mit meiner Trauer? Meine Familie, meine Familie, Freunde, die Trauer darüber, dass mir meine Heimatstadt weggenommen wurde. Das ist genauso schlimm wie deine Trauer. Ha, 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 meine Trauer. Worüber soll ich denn traurig sein? Ich bin der Auserwählte. Die Auserwählte. Hä? Übersetzungsfehler. Ich wurde ausgewählt, diesen Planeten zu führen. Schein ich meinte, er der auserwählte. Mir wurde befohlen, deine Leute auf dem Planeten zu vernichten. Ich habe nur meine Ehre. Sephiroth, ich habe dir vertraut. Nein, du bist nicht der Sephiroth, den ich früher kannte. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles? Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sephiroth? Von den Fähigkeiten her, hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sephiroth tot ist. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehört Shinra. Du kannst dich also auf diese Information nicht verlassen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich forderte Sephiroth heraus. Ich habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was ist mit die Nova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat jemand es später entfernt? Es fehlt in dem Shinra-Gebäude. Sephiroth? Verdammt! Es ergibt alles keinen Sinn. Ich gehe. Hört ihr? Ich bin weg. Das Denken nur lasse ich euch. Hey, Cloud. Los, gehen wir. Warte mal. Cloud, was ist los? Du stehst nur hier rum, während Sephiroth sich alles auf dem Weg ins verheißene Land befindet. Ich werde weder Sephiroth, doch Shinra das war heißen Land erreichen lassen. Falls sie das schaffen, sind wir alle am Ende. Verstehst du, was ich meine? Ist das alles? Oh, Bruder. Prima. Das trifft's besser. Oh, Bruder. Cloud? Wie schlecht ging's mir, als Sephiroth mich niederstarr. Ich dachte, du lächst im Sterben. Ich war so verzweifelt. Ich. Die Alten. Zetra. Innova. Sephiroth. Und ich. Lass uns gehen. Barret wartet. Eine faszinierende Geschichte. Hey, Cloud. Ja. Gruppenmittel wieder ausstatten. Wenn du aufrufst, dann den PHS auswählen. Das kann nur auf der Weltkarte oder einem Speicherpunkt verwendet werden. Mit dem PHS kann ich euch jederzeit sehen. Also los, was flinken wir von hier? Okay. Ich denke, ich geh erst mal einkaufen. Nein. Hier bin ich falsch. Das ist das Objektgeschäft. Okay, da muss ich auf jeden Fall einkaufen. Ähm... Hyper. Ruhe Trauer. Versetzen Zorn. Räugungsmittel. Zelt. Ich glaube, ich habe zwei Stück noch davon. Augentropfen gegen Mittelkönigsleder. Trank. Königsleder habe ich. Okay, blind kann ich auch noch gut gebrauchen. So. Was verkaufe ich denn hier noch? Ah, ich gucke mich erst mal um noch. Das ist das Materiegeschäft. Ähm... Behandlung. Saubermaterie. Behandlung. Ja, was macht das? Äh, ja. Komme ich noch eine Giftmaterie und eine Erdmaterie. Und, was haben wir noch hier? Ein Waffengeschäft. Nitrilsäbel. Cannonball. Oh Mann, ich habe keine Kohle mehr. Trillkralle. Metallstock. Trillarmwand. Habe ich nur noch eins. Moment mal. Nee. Ah, kann ich nur auf der Weltkarte. Ähm... Da habe ich überhaupt alles. Trank, Äther, Phoenixfeder. Gegenmittel. Gatlinggewehr. Zelt, Mitreelarmband, Eisenreif, Batterie, Augentropfen. Schützweste. Geisterhand, Räumungsmittel. Sternenamulett. Hier ist was. Äh, ich glaube, ich verkaufe da einige. Schützweste. Aber erst mal... Schützt vor Gift. Okay.